Ich habe es auch gesehen bei einem anderen Magazin, die hatten einen Test nach dem Spiel, weil sie den einen Boss nicht besiegt haben. Also dieses Skelett haben sie nicht besiegt. Darum haben sie auch keinen Test machen können. Okay, man kann sie ganz schnell blocken. Das kann man nicht blocken. Das kann man nicht blocken. Das kann man nicht blocken. Das war du vor. Das kann man nicht blocken. Vorsicht. Das kann man nicht blocken. Das kann man nicht blocken. Muss ich mal aufpassen, was man blocken kann und was nicht. Bewegt sich aber echt geschmeidig. Ich erinnere mich irgendwie ein bisschen an Shikiru, die Butterfly, oder? Schatzgeißen, die sich bewegt. Die Hälfte ist schon mal weg. Das zieht halt voll viel ab. Wenn ihr die halt da kontert. Au, das war nicht gut. Nicht gut gekontert. Oh, Alter, was ist denn das jetzt für eine Aktion? Ja, freilich. Das ist doch... Aua, das werden immer mehr Dinger. Das ist das, was wir tun. So. Oh, das ist geschlossen. Ach, Sinn. alter ja es war zu kurz jetzt habe ich nicht mehr energie hier ja komm kommt schon oh komm nur die pittchen ja also in einem von den bossen haben wir schon mal gekillt ja 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 Vielen Dank.